Hallo meine lieben Zuschauer und willkommen zu noch einer weiteren Folge von Pornhalla. Heute immer noch ohne Filz. Ähm, ja, ich bin ganz online. Ich bin ein paar Spieler. Ich würde sagen, wir können schon nicht sagen, aber es geht einfach direkt los. Oh ne, mir stinkt dir, der ist doch blöd. 3, 2, 1, Brawl! Oh, das ist ein Kartoff. Ah, nein, nein, nein. Oh, das ist ein Kartoff. Und das? Und das? Ich lebe noch. Geht leicht aber nicht mehr. Wunderbar. Komm her. Wieso laufen wir denn alle ins Nichts? Nein, ich hätte gerade gewinnen können. Ach, Scheiße. Ich guck mal, was war es bei den Legenden? Ich habe ja 3.000. Als nächstes für 5.000 hole ich mir nämlich eine. Und zwar Hattori, die ist mir jetzt gut. Die Frage ist nur... Online. Online. Ich habe 3.817. Das könnte noch etwas dauern. Ja. 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 Ja, das ist eine gute Kombi. Ja. 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 Ja, das ist eine gute Frage. Was ist das? Was ist das? Ja, ja. Wie geht's? Nein. Oh nein. Oh nein. Oh, ich will diesen Pocahasse. Ich will das nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Oh, komm. Komm her. Du hast es tun. Nein. Oh, ich glaube der stirbt. Ja. Was ist das? Nein. Ich will das nicht mehr. Ich gehe auf diebble. oder? komm komm nein komm easy win mhm was ganz? ich bin gar nicht so stark ich spiel nur gut also echt du oh neee 3 2 1 brawl ja klar, kann der Bomben spawnen ja klar, kann der Bomben spawnen ja klar, kann der Bomben spawnen jetzt geht das ja 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 den das ist der ja 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 endlich hab ich... oh ne, ich muss gegen Rayman das ist doch nicht wahr, oder? ja klar, deine Axel Fäuste, ja ich guck mal 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 in Traur ja genau Nein, 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 es ist mir ... aaaaah Juma, was ist diese Attacke? Scheiße, die ja da machen Komm, stirb du zuerst! Nein! Nee! Ah, man darf halt nicht zu übermütigt werden, ne? Ja, Alter, was hat er denn für eine Range? Ja, was hat er denn für eine Range? Ja, was hat er denn für eine Range? Ja, das ist auch normal, das ist für eine Range, genau Ich glaube, der Polar wird etwas länger, weil ich jetzt unbedingt noch einen Sieg brauche Und ein Match machen wir noch Oh, schnell Ja, ist gut Oh, ich ging Kaya Oh, Kaya ist schon ziemlich gut 3, 2, 1 Brawl Oh, ich bin ein Stab, passt auch nicht zu dem ein Stab Ja, ist gut Es ist ja Meine Gutes Meine Güte Ich seh nichts. Stirb doch endlich! Meine Güte. Jetzt. Komm, komm, komm. Ich würde schon einmal auf den Tisch, so. Komm her! Ja. Ja, lass doch mal da hin, meine Güte. Ja, genau. Ja, genau. Was ist das denn? Was ist das denn? Ja. 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 Ja.